Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge mit allen außer Papi, Seppi. Denn wir spielen heute im Casino und der muss auf sein Kind aufpassen. Ja, das Casino darf man nicht mehr mit dem Casino. Ja, genau. Nur haben wir heute das vor, was man in Casinos häufiger tut, nämlich Geld verlieren. Das war ein Vorschlag von der PeteSmith.de und der Vorschlag ist wie folgt. Wir haben alle 51.000 Jetons und versuchen, diese in kürzester Zeit auf Null zu bringen. Und zwar ausschließlich durch die Nutzung von einarmigen Banditen. Und am Anfang, naja, gucken wir noch durch das Glücksrad, ob einer von uns gefickt wird oder nicht. Metallman 77. Bitte, Entschuldigung? Metallman 77. Metallman 77 hat die Vorschlagfunktion auf PeteSmith.de genutzt und das haben wir ja direkt umgesetzt. Das heißt, sollten wir es nicht schaffen, unser Geld auf Null zu reduzieren, wird nach einer halben Stunde geguckt, wer am wenigsten hat und der gewinnt diese Challenge. Bitte keine Jetons, bitte keine Jetons, bitte keine Jetons, bitte keine Jetons. 25.000 Stück. Gönn dir, gibt noch mehr? 50.000, gewinnt ihr auch? Ne. Ne, 25. 25 ist das meiste. Komm, gönn, Peter, gönn. Schönen Jetons. Boah, war das knapp. Oh, du lakker. Oh, Gott sei Dank, okay, nur ein bisschen RP, damit kann ich leben, ich bin jetzt ein höherer Rang, Kingpin bin ich jetzt geworden. Hey, macht mein Typ, mein Typ läuft weg. Ja, meiner läuft auch weg. What the fuck, was tut ihr? Wollt ihr nicht drehen, oder was? Okay, dann Christian. Ich glaube, keiner von uns will drehen. Ich will eigentlich drehen, ich will den Ferrari, den Leitzwagen haben. Ferrari? Oh, 5.000. Come on, gib dem Papa jetzt das Vehikel. Come on. Wo ist es? Gib dem Papa den Formel-1-Wagen. Wo ist das Vehikel? Da unten, komm, dreh, 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 dreh. Ja, fast. Dein verficktes Huren-T-Shirt. Einen hellgrünen langen Hoodie. Der klingt ja mega geil. Ihr könnt's mal brauchen, du rennst immer bauchfrei rum. Ja, das stimmt allerdings. Sexy hier. Sexy James. Wunderbar sexy. Okay, Bram, dann sag mal Bescheid, sobald... Oh, das sind die 15.000 Gen-Tons. Oh, Bram, die Arme Socke. Die Zeit läuft, in 3, 2, 1, go. Wo geh ich denn hin? Ich geh jetzt einfach hier an den Sonnengott. Wo geh ich denn hin? Du setzt schon Geld? Ey, was, du setzt schon Geld? Nein, was hab ich jetzt gemacht? Ja klar, Junge, das rollt schon. Ich hab 500 genommen. Zack, zack, zack. Und ich hab... Oh, nix gewonnen. 2500. Ach, das geht doch easy. Ja, 2500. Da hast du doch schnell weg, eigentlich. Ja, oh, Scheiß. Ich hab nur noch... Schneller. Ich hab nur noch 40.000. Wie, ich hab 5.000 gewonnen? Nein, ich hab 5.000 gewonnen. Ich hab schon wieder 5.000 gewonnen. Ihr Gewinner. 38.5. Das ist ja mal 5.000 gewonnen. Oh, unfallend. 36.000. Als ob, Christian. Unfallend. 33.000. What the fuck? Oh, das gibt wieder nix. Ah, doch. 5.000 gewonnen. Nein, ich hab wieder 5.000. Ich hatte gerade fast 3 Siebenen, Alter. Nein, 12.500. Ach, komm mal, ich hab jetzt wieder... Ich hab wieder 50.000. Nein, das ist wieder der Angst. Ich bin bei 55.000. Ich bin bei 51.000 jetzt. Das Leben ist eine Wünste. Schon wieder der Ank. 58.000, was soll das denn? Nein, okay, doch. Geil, ich hab weniger als die Hälfte von Jame. Na, wie viel bist du, Christian? Das ist voll eng, glaub ich. 21.000. Ich hab gewonnen. Wie, du hast gewonnen? 41.000. Aber da hast du verloren. Nein, ich hab... Ja, ich hab verloren quasi. Nein. 5.000 gewonnen. Oh, fast 3-fache Hunden. Das wären fast 500.000 gewesen. Wird ihr mal ein bisschen was gewinnen, Leute? Nein, schau mal wieder hoch und an. Bin ich den Kack-Kreuz? Nee, warum geb ich den immer die ganze Zeit 5.000? Nee, ich gewinn auch die immer. Die Christian, wie viel hast du? Oh, schade. Kommen wir da. Christian? Ja. Wie viel hast du? Ähm. Sehr gut, 38.500. Hä? Hallo? Ich hab 5.000 J-Tonks gewonnen. Damn it! Ich war bei 1.000. Oh. Ich bin bei 3.500. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist verflucht. Ich kann nicht mehr setzen. Was? Du musst dir die anderen Wagen nehmen. Wenn du zu wenig Geld hast, du musst auf 0 runter. Ich bin 0. Ich bin bei 0. Als ob. Bin durch. Nee, ich werd nicht letzter. Bin der größte Loser, den dieses Casino je gesehen hat. Ihr Gewinner. Ich werd nicht letzter. Ich bin auch durch. Alter, als ob. Es geht in meinem Leben nicht. Ich kann nicht nicht Geld verdienen. Komm on. Ich bin nicht durch. Ja, so schnell gehen 51.000 Stück flücken. Jetzt bin ich durch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin nur noch bei 38.5. Oh, das ist gut. Ich bin bei 15. Nein. Oh, hierbei Jay. Jay spielt am Pharao. Bram am Diamond. Ah. 31. Komm, Schotten. Leider runter. Ich bin auch bei 8.000. Come on. Jawohl. Schön tot und begraben. Jawohl. Das sind gut bei 3.7. Komm, Jay. Ich will dir doch Glück bringen. Warum klappt das jetzt die ganze Zeit? Ey, war am Anfang so gut. So, 500 noch. Komm, 3 Pharaonen für Jay. Dann ist das ganze Ding hier gelutscht. Okay, ich hab nicht genug Jetans. Warte mal. Jetzt muss ich hier minimaler Ansatz. Und. Gewonnen. Oh, das war ein Dreisraum. Quer, zählt das nicht? Nee, das zählt Gott sei Dank nicht. Dass nicht einer mal wenigstens was Dickes gewonnen hat. Mein bester Gewinn war 12.5. Das ist so lächerlich. 5.000 habe ich zweimal gewonnen. Ja, genau. Der letzte. Jetzt nicht gewinnen. Jawohl, das war's. In unter 5 Minuten haben wir das gemacht. Okay, Glückwunsch, Christian. Danke. Ja, das war mal wieder eine neue GTA-Challenge. Danke für den Vorschlag. Wir haben eine halbe Stunde Zeit gehabt. Okay, wir müssen uns irgendwann anderes einfallen, dass sie uns... Wir machen einfach das Gleiche nochmal mit einem anderen Spiel. Runde 2 beginnt sofort. Wir machen das Gleiche nochmal, nur an anderen Maschinen. Und wir haben 20 Minuten Zeit insgesamt. Wait, wait, wait. Dürfen wir uns schon an die Maschinen stellen? Ich weiß nicht. Hat's ja echt schon gemacht. Wieso? Das war eine Frage. Deswegen würden wir jetzt sagen, ja, ist ja cool. Let's go. Wow. Wer ist die Murder oder weiß ich nicht? Nein! Ich kann's nicht drücken. Was ist der Maximalbetrag? Doch, ich bin drückt. 500, ja? Ja, 500, ja. Have a step. Okay, was müssen wir da machen? Verlieren. Kein Messer. Oh, verloren. Ja, schon, Baby. Abgeschwellen. Ach Gott, Alter, das Twilight-Nive ist ja super anstrengend. Gegrillt. Er hat sich also die ganzen Schweine abgeschlachtet, gequiert. Geht's nicht, Peter? Nur Wunsch. Wir haben direkt nochmal gewonnen. Geht's nicht, Peter? Das ist deine Runde. What the fuck? Ich verliere leider nur an dem Twilight-Nive gerade. Ich hab schon ein Baby. Oh, mehr Leidensäcki. Ich hab 1000 gesungen. Nicht die 7. Boah, Alter, Junge. Wenn vorne die 7 aufploppt, dann wird man schon ein bisschen zibbelig. Ich hab schon wieder gewonnen. Wie viel gewinnst du denn immer, Peter? Na, ich gewinn. Ich hab auch zweimal 1000 jetzt gewinnen. Ich bin doch immer noch über 50.000. Hat jemand auch noch das Messer-Ding? Ja. Was ist das? Was ist der Schläger? Oder ist das Wissen das? Was ist die 100.000? Was ist ein Schläger? Da ist ein Messer, Kirschen, Melonen? Ja, die 100.000. Was ist das? Äxte oder sowas. Nee. Das ist doch niemals ein. Ich kann das nicht erkennen. Nee, das sieht aus wie... Das sieht bei Vice City auch aus wie Äxte. Ich finde, das sieht da eher aus wie so ein Keyboard, oder? Ach so, so stimmt. Ist das eine Kettensäge? Das ist eine Kettensäge, oder? Ja, dann ist eine Kettensäge. Oh nee, wie kann man bitte über 500, 2500 gewinnen? Das ist richtig belastend. Das ist mit der Ego-Perspektive übrigens ein Five-Head-Move von dir. Ja, das ist halt echt so. Alter, ich habe schon wieder gewonnen. Ich könnte kotzen. Ich bin aber 47,5. Also ich bin bei entspannten 2,48,5. Ja, ich wäre eigentlich bei Jay, aber ich habe schon wieder gewonnen. Oh Mann. Mach dir mal weiter. Ja, Jay, du räumst die 100.000 schon ab. Du hast schon wieder gewonnen. Boah, das wäre so bitter, ne? Ich mache ja auch Plus. Ich habe auch schon wieder gewonnen. Alter, ich gewinne ja auch. Ja, mach mal weiter. Das ist gut. Ich gewinne schon wieder. Das gewinne nicht. Ja, aber jetzt habe ich einen Lauf. Ich drehe mir hier die negativen Points. Nein, das ist das Messer. Scheiße. What the fuck? Ja, das Messer am Anfang ist belastend. Oder das Messer generell. Ja. Oh, wieder ein Taui. Oh Mann, Glückwunsch. Da freue ich mich doch für dich. Danke. Mord. Komm, Bruchlandung. Ab dafür. Ausgelöscht. Nein, schon wieder das Messer, Alter. Boah, der hat aber lang gespinned. Da kam erst die Kettensäge, aber danach dann wieder. Nein, Messer. Aber ich glaube, den 80er Cop, den finde ich so vom Stil besser. Der sagt immer so lustige Sachen. Ja, ohne Scheiß. Hier hörst du die ganze Zeit nur Leute schreien, die ermordet werden. Ja. Ich höre auch immer die ganze Zeit Schreie irgendwie. Das Messer ist schrecklich. 500 ist maximal Einsatz, ne? Ich wechsle mal den Tisch, Alter. Das geht gar nicht. Ja, hab ich auch. Wie, das geht gar nicht. Gerade warst du doch noch dran, du bist so niedrig. Ich will aber 1-3-7 spielen. Jetzt ist es an Twilight Knife, Alter. Da geht richtig an. Alter, das Messer ist scheiße. Ich hab hier beide genau gewechselt. Ja, das Messer geht gar nicht. Ja, viel besser. Nur verloren bist du ja. Abgeschlachtet, Junge. Peter, hast du bei dem Weiß-Tief. Boah, glaube ich fast 3-7 gehabt. Was brauchst du für die 200? Das steht ganz oben links. Ich glaube, du brauchst zwei, die egal sind. Und am Ende, keine Ahnung. War das denn ein Stern? Ja, aber das heißt, das ist das gleiche wie bei Twilight Knife. Da reicht ein Messer und bei dir reicht ein Stern. Twilight Knife ist halt der Sound mega nervig. Ja, das stimmt. Ich bin auf 41.000 runter. Wie sieht das aus bei euch? 45.000. 45.000. Was? Nein, wieder 1.000. Und da wechselt der? Wie viel Glück kann man haben, Alter? Ja, weil mir der Sound auf den Sack ging. Scheiße, jetzt gewinn ich hier die ganze Zeit. Ja, richtig so. Das ist das große Aufholen jetzt hier. Ich bin auf 39 runter. Come on! Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Da sagst du, Jay, wa? Okay, da setze ich mich jetzt an. Bram hat den Zeitüberblick. Wir haben noch 16 Minuten. Ja, easy. Boah, jetzt war das vor 20? Wir sind ja seit 4 Minuten hier dran. Das kommt mir so vor, als wäre es. Das war jetzt 20. Da war einer da unten. Also das Spinnen ist halt echt, äh, puh. Nein, nicht das Messer. Jay, deine Maschine wippt einfach mal ab. Ja, dann ist gut so. Ich hab dir ja auch schon mal Warten gespielt für dich. Abgestochen. Nein, nicht schon wieder an das Messer. Nice. Boah, ich bin gerade richtig, auch ein geiler Losingstreak. Richtig nice. Ja, die habe ich auch gerade. Du bist das Opfer. Kenn ich. Bin immer noch über 40.000. Bin jetzt gleich unter 30. Komm schon. Kann man hinterher? Nein, wieder 41,5. Scheiße, ich hab gewonnen. Das ist so entspannt. Schon wieder gewonnen. Nein. Fuck me. Oh, ich hätte gerade fast drei Nittersterne gehabt. Oh, ich hatte einen Nittersterne und einen oben und einen unten von den anderen. Oh, zwei Melonen. Das wäre auch knapp gewesen. Zwei Millionen? Zwei Melonen. Zwei Melonen war ja auch ein Töter. Was für ein Horror, ey. Ich bin sogar in Führung und hab den Dinges gewechselt. Hast du eigentlich in Trance? Ich reg mich so sehr sogar auf, dass ich kein Enter drücken konnte. Mein Charakter hat sich so krass aufgeregt. Bist du schon unter 20? Nein. Ich komme nicht mal unter 25 gerade. Ich gewinne die ganze Zeit nur noch. Oh, Peter hat noch Gold. Oh, Peter, wie bedachst du? Oh, ich habe 22 jetzt. Scheiße. 27, Alter. Nein, ich habe die ganze Zeit gewonnen gerade. Lass mal ab 10 nicht mehr sagen, wie viel man hat. Komm schon, Baby. Da weiß ich ja gar nicht, ob es spannend ist oder nicht. Ja, das ist auch das Spannende. Elf Minuten haben wir noch. Ich gewinne viel zu viel gerade. Schon wieder ein fucking Ninja-Stern. Ich glaube, du musst nochmal den Automaten wechseln. Ja, ist so. Drei Melonen. Nein, 7,5. Ich habe 7,5.000 gewonnen. Ich habe 37.500 gewonnen. GG, ich bin bei 60.000 Chips. Ach, komm schon. Duolose. Glückwunsch, Christian. Mensch. Da freue ich mich aber für dich. Das war so gut. Drei Kirschen. Yay. Nochmal plus 12.500. Ich bin bei 70.000. Glückwunsch, Christian. Läuft bei dir der Karte. Ja, echt. Oh, Mann. Oh, jawohl. Noch ein Messer. Ja. Ich habe mal den Automaten gewechselt. Zwei CDPI. Das wird dir auch nichts bringen. Doch. Oh. Alter, da kam das erste ein Keyboard. Da kriege ich schon auch kurz Muffensausen. Okay, unter 10k. Oh, ich bin dir hart auf den Fersen, mein Freund. Ich bin nämlich... Nein! Auch fast unter 10k gewesen. Mit über 30% entfernt. Da hat er noch einen Stern geholt. Warum kommt das Keyboard jetzt die ganze Zeit, Mann? Mach mir doch nicht so viel Einsspielen. Was ist das für ein Spiel? Ja, das ist das für ein Spiel. Ja, das ist das für ein Spiel. Ja, das ist das für ein Spiel. Schneller. Schneller. Das sieht gut aus. Jawohl. Ich sitze gerade überhaupt nicht im Maximal. Nein! Ich habe 12.500 gewonnen. Yes! Ich bin wieder nicht die scheiß Kierschen. Oh, nein. Ich bin auch unter 10k. Ich nicht mehr. Ich habe die 10 Kierschen, ey. Come on. Das kann nicht. Ich war bei 5k. Kastan. Boah, ist das belastend. Peter schreibt nur so 10.000. Ich komme einfach nicht da drunter. Ich hatte nur ein paar Mal diesen scheiß Stern da. Uh, da bist du ja richtig gut dabei. Komm, Peter, brauche mal ein paar Keyboards, ey. Jawohl, unter 10k. Damit er ein bisschen Musik spielen kann. Versager. Oh, nee. Oh, nee. Volle Spaßbremse. Nein, nicht jetzt noch ein Messer, Junge. Leute, ich komme. Leute, ich komme. Wie viel bist du? Alle? Unter 60.000. Gott sei Dank. Mann, jetzt kriege ich immer mal wieder so einen Hurenstern da rein, ey. Ich bin gerade fast da. Ah, 3-7 und fast. Uh, uh, uh. Das war kurz vor Ort tot. Komm, Baby. Komm schon. Drück, schlau. Nein, nein, nein. Ihr habt wieder verkackt. Ich kann das gewinnen. Ich kann das gewinnen. Yes, ich habe es gemacht. Ich habe gewonnen. Uh, 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 uh. Dammit. Ist das Schatz. Komm schon, einer von euch müsste mal 50.000 Chips gewinnen, damit ich noch zumindest Dritter werde oder so. Ist das schlecht. Alter, ein noch. Und dann hätte ich die Glocken gehabt. Oh, Baby. Oh, oh. Was ein Glück. So, Jay. Jetzt gleich. Spritze ich ab. Ich komme nicht mehr unter 10K. Das ist so easy für die. Du kannst dich so entspannen. Ich mache mir ja noch mal Gedanken, dass ich jetzt noch so sehr Lucky Punch mache und irgendwie 3-7 empfangen habe. Das wäre nice. Ich würde das richtig hat gönnen. Wenn der nicht gewinnt. Wie viel Geld hast du da? Ah, nee, da hast du dir. Das ist ja unter 10K. Oh, das ist so. Guck mal, Jay. Ich glaube, Jay kann das noch machen. Oh, nice. Das höre ich gerne. Mach nicht den. Easy. Leute, ich kriege euch noch. Gleich bin ich unter 50. Da ist er dort. Du hast genug zu tun. Los. Okay, Bram ist auf Platz 2, oder das? Ist das schlecht? Come on. Ich darf einfach nur nicht mehr gewinnen. Das ist alles entspannt. Ich bin bei 6,5. Wie lange haben wir noch, Bram? 5 Minuten. Komm, Jay. Ja, guck mal, Jay. Da hast du ja alle Zeit der Welt nochmal schön 50.000 zu holen. Die 3 Keyboards jetzt. Oh, 2 Melonen. Oh, da waren fast die Melonen. Nein. Jawohl, mal schön Stern. Stern kann man sich immer gönnen. Ich könnte auch einfach gar nicht mehr drücken. In 5 Minuten schafft er das niemals nicht runterzuspielen. Aber das ist ja ja lame. Oh, Gott. Boah. Kleines Sternchen. Da steht sogar, oh mein Gott. Ja, ich drücke doch. Echt schade. Mensch, ist das schade. 5 Kader. Ich habe ja nicht gewonnen. Ah, schade. Depp. Ja, easy. Komm jetzt. Oh, ja. Oh, schade. 7, 7, 7. Da sehe ich dich schon. Boah, dann wäre das, dann stehe ich auf und gehe. Dann brauche ich nicht mehr spielen. Da steht auch schon wieder die 7 vor, ne? Ne, ne. Also, ich bin gleich durch. Ich habe gleich Feierabend. Ah, ja. Ich habe gleich Feierabend. Oh, oh, schade. Ne, ne. Da passiert nichts mehr. Ich muss nur noch dreimal machen, dann habe ich gewonnen. Ja, easy. Easy game. Ah, nicht. Okay. Ja, ist nicht noch dreimal. Das ist doch doch. Easy game. Bist du hier gewonnen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Null. Easy. Okay, Christian, aber hast du leider verloren. Ich habe 46.200 noch. Das ist dein bestes Gegner. Das ist alles. Ja, das habe ich ja vorher auch gekauft. Ja, stimmt. Wer hatte die erste Runde gewonnen? Ich hatte die erste Runde gewonnen. Okay, das heißt, wir haben heute zwei Sieger, einmal Christian, einmal mich. Die Sieger, die eigentlich Verlierer sind. Aber danke schön vielmals für den Vorschlag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen bei der GTA Online Casino Challenge mit den einarmigen Banditen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.